Herzlich Willkommen bei der Ruheule, einem Podcast aus Fröndenberg mit Gästen über Themen mit Rebecca und Seba. Jetzt kommt die Folge mit Jochen Hänel. Jochen Hänel, Ketten, Kultur, Kuriositäten. Wer ist denn der Jochen eigentlich? Jochen ist 69 Jahre alt, verheiratet und hat einen Sohn. Er ist in Siegen geboren und hat dort Abitur gemacht und ist dann zum Studium nach Freiburg und Bonn. Hat dort Lehramt Biologie und Deutsch studiert und wie das 83 so war, als er das Raffinariat beendet hatte, wurden keine Lehrer in NRW eingestellt. Er ist deshalb in die Pharmaindustrie gegangen bei der Höchst AG und ist so auch nach Fröndenberg gekommen. 2009 hat er dann als Bürgermeister kandidiert und ist heute aktiv im Kettenschmiedemuseum. In seiner Freizeit ist er gerne im Museum, geht schwimmen, fährt Fahrrad oder liest. Ja und Jochen ist richtig mit Herz dabei, das werde ich gleich merken. Ja, der brennt für das Thema Kultur und hat voll drauf, das Thema Ketten spannend zu erzählen. Total, der Podcast heute, der füllt sich so ein bisschen an wie eine Spezialausgabe von einer Sendung mit der Maus. So ein Thema, wo man erst denkt, naja, aber dann kommt es einfach mega interessant rüber und man denkt sich so, Hammer ey. Ja und wer hat gedacht, dass Fröndenberg mal Ketten Hauptstadt Europas war? Chain Capital of the World, würde ich fast sagen. Nice, hört. Mal. Ich hatte ja keine Ahnung, was Ketten für fantastische Teile sind. Jochen Henn sitzt bei mir und so wirst du lieber Jochen zitiert. Und zwar in einem Zeitungsartikel, glaube ich, in dem du zurückblickst auf deine Anwandlungsphase mit dem Betreiberverein für das Kettenschmiedemuseum. Was macht denn jetzt Ketten eigentlich so besonders und warum bist du über Ketten hängengeblieben, angekettet worden sozusagen? Die Ketten sind das am meisten unterschätzte Element im Maschinenbau. Jeder meint Ketten zu kennen, weil sie so einfach aufgebaut sind und man sie im Alltag überall sieht. Auch sogar als Schmuck, aber Fahrradkette, Ankerkette, Absperrkette kennt jeder und die wenigsten Menschen wissen einmal, wie man sie herstellt oder hergestellt hat. Und sie wissen wenig über die komplexen Vorgänge, wo Ketten tatsächlich überall eingesetzt werden. Zum Beispiel in der... Am Fahrrad zum Beispiel. Ja, am Fahrrad. Aber das sind ja nur die kleinen Ketten. Diese Gelenkketten sind das zentrale Element der gesamten Fördertechnik. Keine Autofirma, kein Abfüllamtbetrieb, egal ob Bier oder Büchsenmilch. Kein Förderband, kein Sägewerk, kein Kraftwerk, keine Müllsortieranlage, nichts. Kann ohne Kette. Funktioniert ohne diese Ketten. Und habe ich da noch eine Kette vor Augen, wie ich eine Kette kenne mit so einzelnen Liedern oder sind das dann schon anders geformte Ketten? Die sehen prinzipiell genauso aus wie eine Fahrradkette oder wenn man ein großes Becherwerk nimmt, mit dem man Flüsse ausbaggert, wie eine Rundstahlkette. Das sind schon Ketten. Nur die technischen Spezifikationen, die man dafür braucht, um diese Belastung zu schaffen, sind sehr anspruchsvoll. Und der Satz, Kette ist das am meisten unterschätzte Element im Maschinenbau, der stammt nicht von mir, sondern von einem Geschäftsführer, der einen Weltmarktführer hier in der Gegend geleitet hat und der das jeden Tag erlebt, weil die machen Bergbauketten. Und der allgemeine, banale Satz, jede Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied, bedeutet jetzt bei komplexen Technikanlagen, dass wenn jetzt die Förderkette unter Tagerei ist, mit der die Kohle gefördert wurde, steht der gesamte Betrieb. Und das kann bei großen Industrieanlagen, ich sag jetzt mal Kraftwerken, wo zum Beispiel die Asche oder die Kohle mit Fördertechnik gefördert wird, ganz schnell Millionen Beträge ausmachen, die da pro Tag verloren gehen. Nur weil eine Kette gerissen ist. Kette muss laufen, okay, verstehe. Und jetzt reden wir auch von richtig großen Ketten da, wenn du solche… Ja, also die Dimensionen sind teilweise wirklich bemerkenswert. Ich habe da auch erst im Laufe der Jahre Kontakt zu bekommen, dass man auch mal in großen Stahlwerken oder auch mal in einem Hafen, wo ein Containerschiff liegt, mal ein Gefühl dafür kriegt, was das für eine Ankerkette ist, diese 170 Millimeter Materialdurchmesser. Die ist auch ordentlich schwer und so, ne? Ja, die wiegen alle mehrere hundert Tonnen und kosten auch mehrere hunderttausend Euro ohne Anker. Und in Fröndberg wurden früher solche Ketten hergestellt? Wo und wie? Also es gab verschiedene Firmen. Wir im Museum reden immer über die Ruhrland-Kettenfabrik von Frau Brunthe und über Josef Top, also Joto in Warmen. Die waren bekannt dafür. Aber es ist auch nicht nur in Fröndenberg gewesen, sondern in der ganzen Region. Hier ist das Kettenland gewesen. Fröndenberg war halt nur die Hauptstadt mit den meisten Arbeitsplätzen. Fröndenberg war die Hauptstadt. Den Satz habe ich noch nie gehört. Das ist die Kettenhauptstadt Deutschlands gewesen, ganz klar. Nirgendwo gab es so viele Arbeitsplätze in der Kettenindustrie wie hier. Das lassen wir mal so sacken, meine Damen und Herren, alle zwischendurch außerhalb. Fröndenberg war die Kettenhauptstadt Deutschlands. Genau. Und wir hatten hier mit der Fröndenberger Union, also der Fahrradketten- und Fahrradzubehörfirma, schon damals einen echten Weltmarktführer. Man muss sich das ja so vorstellen, der Golf des kleinen Mannes war nach dem Ersten Weltkrieg das Fahrrad. Jeder fuhr mit dem Fahrrad zur Arbeit oder in die Schule. Autos waren noch nicht so weit verbreitet. Das war nur was für die reichen Leute. Und die Qualität war damals noch bei weitem nicht so gut wie heute. Wir sind da sehr verwöhnt mit unseren modernen Fahrrädern. Und da ging also laufend was kaputt. Die Kette, die Speichen, die Felgen, immer war irgendwas instand zu setzen. Und deswegen hatte die Fröndenberger Union mit ihren Qualitätsprodukten einen Riesenvorteil und war auf der ganzen Welt bekannt. Und dieses U auf der roten Schachtel war ein Merkmal. Ich sag's jetzt mal, mein Schwiegervater aus Namibia hat eine Kette aus Frontenberg auf dem Fahrrad gehabt. Weil er in seinem dortigen Kolonialwarenladen die gekauft hat. Ich hab sie selber gesehen in seiner Werkstatt. Crazy. Und die Ketten, also Fahrradkette ist ja so ein harmloses kleines Teil, sag ich jetzt mal so. Qualität hab ich gehört. Die anderen Firmen, die du gerade benannt hast, waren das Ketten, die eher so auch für Kriegsindustrie waren? Oder was für Ketten waren das? Also die Kriegsindustrie hat sich hier anders bemerkbar gemacht. Also die Fröndenberger Kettenfirmen haben nach meinem Wissen und so wie ich das aus dem Buch von dem Jochen von Natusius gelesen hab, für die Rüstung gearbeitet. Aber nicht Ketten, sondern die haben Munition hergestellt. Das war wichtiger. Und das Metall-Know-how, das war eben das Ausschlaggebende. Und das ist auch heute noch hier in der Region eigentlich die treibende Kraft, dass es immer noch Firmen gibt hier in der Gegend, die weltmarktkonkurrenzfähig sind, weil sie die Stahlbearbeitung und Nachbearbeitung vor allen Dingen perfekt beherrschen. Okay. Und im Kettenschmiedemuseum zeigt ihr ja so traditionelles Kettenherstellungshandwerk. Ist das so, wie die Firmen das auch gemacht haben? Oder ist das eigentlich noch ein bisschen älter, wie ihr das da macht? Nee, das ist original aus den Firmen. Unser Gründungsvorsitzender, der Herr Ulmke, hat ja in den pleitegegangenen Kettenfirmen hier in Freundenberg die Originalmaschinen aufgeladen und ins Museum gebracht. Die damalige frischgebackene Historikerin Frau Marita Pfeiffer hat die sortiert wissenschaftlich und das Freundenberger Kettenbuch geschrieben, was heute das Standardwerk ist über Ketten auf populärwissenschaftlicher Ebene. Und wir zeigen zwei Sachen. Einmal die handwerkliche Fertigung, also mit Hammer, Amboss und am Feuer. Mit einer Original-Schmiedefeueranlage von 1920, die von Frau Prunte aus der Roland-Kettenfabrik stammt. Das ist die letzte Anlage, die europaweit vorgeführt werden kann. Und wir haben das große Glück, auf der anderen Seite der Maschinenhalle in Beginn der elektrischen Fertigung zu zeigen. Weil die Wissenschaft hat ja vor 150, 200 Jahren begonnen, das Phänomen Elektromagnetismus zu entdecken. Und irgendwann hat man auch entdeckt, dass man mit Strom schweißen kann. Und dann hat man auch mal die erste Kette elektrisch geschweißt. Das muss hier in der Gegend gewesen sein, auf so einer Maschine, wie wir sie haben, auch betriebsbereit. Und das ist unser zweites Highlight. Und jetzt nach Corona wollen wir noch ein drittes Kapitel, nämlich die Fördertechnik dazu bügen. Die aber weniger mit Show-Maschinen gezeigt wird, sondern das wollen wir digital in der Breite der Anwendung machen. Okay. Und wenn man jetzt kurz auf heute guckt, also Ketten sind scheinbar ja immer noch sehr wichtig. Wo und wie werden heute Ketten hergestellt? Die werden bei Rundstahlketten elektrisch geschweißt auf großen Maschinen. Ich sag mal so, die letzte Erinnerung der Blütezeit Freundenbergs ist in der Westiker Straße zu sehen. Da hat die Firma Heco aus Wickede noch ein Zweigwerk. Da werden Ketten für Zementöfen gemacht. Dann die nächste Kettenfabrik, also eine große Kettenfabrik, ist in Iserlohn-Kalthoff die Firma Thiele, die für den Bergbau arbeitet. In Schwerte die Firma Thiele. Das ist ja witzig. Thiele und Thiele? Ja, die haben nichts miteinander zu tun. Die können sich auch, glaube ich, nur bedingt gut leiden, weil sie richtige Konkurrenten sind. Aber in Iserlohn gibt es dann noch die große Firma Röttger. Die ist spezialisiert auf Edelstahlketten. Und das zieht sich so hin bis nach Gebelsberg, Ennepetal. Da ist ein großer Hersteller für Gabellaschenketten. Und die sind alle, alle die Firmen, die ich jetzt genannt habe, ganz vorne im Weltmarkt mit dabei. Und die Ketten werden im Großen und Ganzen immer noch so hergestellt? Im Prinzip ja. Die Materialien haben sich verändert. Die Stähle sind sehr viel besser geworden. Die Maschinen sind heute natürlich alle computergesteuert. Viele Dinge werden zusammengefügt in einem Gehäuse, was früher alles getrennte Maschinen waren. Aber im Grundsatz wird immer noch aus einem geraden Stück Stahl ein U gebogen. Dann wird es heiß gemacht und die beiden offenen Enden dann zu einem U verbunden. Und dadurch steckt man dann das nächste Kettenglied und fängt wieder von vorne an. Ja, verrückt. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal zehn Minuten lang so gespannt zugehört habe über ein Thema, mit dem ich mich noch nie abseits meiner Fahrradkette auseinandergesetzt habe. Grandioser Einstieg in diese Folge. Vielen Dank. Ketten sind fantastische Teile, habe ich jetzt sozusagen bestätigt bekommen von dir. Und ihr habt dann den Kniff gemacht. Also wir haben natürlich vorher ein bisschen recherchiert. Das Kettenschmiedemuseum ist an dem Standort einer alten Papierfabrik in Fröndberg, wo eben bestimmte Einheiten stehen geblieben sind. Die großen Mauern, die dieses Forum da bilden und eben dieses Häuschen, in dem das Museum jetzt drin ist. Und dann habt ihr da die Kettenschmiede eingebaut und dann ist irgendjemand auf das zweitkoolste Wortspiel nach Ruheule in Fröndberg gekommen, nämlich die Kulturschmiede da mit auch zweimal Schmiede. Ist doch genial. Kultur wird da geschmiedet und Ketten werden da geschmiedet und alles in einem Gebäude. Ist im Übrigen auch der Charme oder das Reizvolle und Magische an diesem Ort, dass man die Kulturschmiede nicht nutzen kann, ohne das Kettenschmiedemuseum zu besuchen. Also die Toiletten sind bei uns und die Waschräume und man hat immer die Atmosphäre dieser Maschinenhalle inklusive. Großartig überlegt, großartig geplant und das ging irgendwann mal los, vor wie vielen Jahren? Also das Kettenschmiedemuseum wurde eröffnet 1999 und war eigentlich ein Irrtum. Der Gründungsvorsitzende wollte eine Schützenhalle bauen und die Politik damals wollte da Doppelhaushälften draufsetzen. Und dann ist natürlich klar, dass man sich in der Mitte trifft bei einem Kettenschmiedemuseum. Nein, das ist jetzt auch die Kuriosität der Politik. Herr Ulmke hat mir das oder uns immer so erzählt, als er nach Ansberg zum Regierungspräsidenten gefahren ist, um Fördermittel für die Schützenhalle zu bekommen. Ganz kurz, Herr Ulmke war damals Bürgermeister, richtig? Nein, das ist der Vorsitzende des Fördervereins, Adolf Ulmke. Das war er. Ja. Und der war begeisterter Schütze, Reiter und ein sehr engagierter, sozialer Mensch, der viel für die Gemeinschaft tun wollte. Und der hatte die visionäre Idee, dieses Gelände direkt an der Ruhr für die Allgemeinheit zu erschließen. Und seine erste Idee war die Schützenhalle. Und dafür gab es aber kein Geld. Und dann hat er so betroppelt geguckt und ist dann nochmal hingefahren und nochmal. Dann hat ihm der damalige Dezernent gesagt, Herr Ulmke, Schützenhallen werden nicht gefördert. Was das Land Nordrhein-Westfalen im Moment massiv fördert, ist die Umwandlung von Industrieflächen in Kulturstandorte. Siehe Zeche Zollern, siehe Landschaftspark Duisburg Nord, was auch immer. Und da kam der geniale Gedanke, muss man im Nachhinein sagen, da hat sich Adolf Ulmke an die Kettenindustrie erinnert. Die kannte er noch, wie viele Kettenfirmen es gab, obwohl zu dem Zeitpunkt kaum noch einige gearbeitet hat. Und er hat dann gesagt, okay, damit wir den Fuß in der Tür haben, auf dem Gelände, machen wir jetzt ein Kettenschmiedemuseum. Genial. Und weil da keiner aus seinem Schützenverein Ahnung von hatte und auch keiner so irgendwie einen Plan, haben sie die Frau Dr. Pfeiffer engagiert, die das so wissenschaftlich begleitet hat. Auch das Museum eingerichtet hat, war ihr erster Job. Jetzt ist sie als Chefin der Kokerei Hansa in Rente gegangen unlängst und hat Zeit ihres Berufslebens immer mit Industriekultur zu tun gehabt. Und sie sagt, das Kettenschmiedemuseum war mein erstes Baby, das hat sie besonders liebt. Sehr schön. Jetzt haben wir noch den Gap vor uns zur Kulturschmiede. Den machen wir aber nach unserer Lieblingsunterbrechung in jeder Ruhe Eulen Episode, nämlich den Eulenspiegel mit Rebecca. Jetzt kommt der Eulenspiegel, wo wir Fröndenberg nochmal ein bisschen besser aus deiner Sicht kennenlernen. Dazu stelle ich dir drei Fragen, drei kurze Antworten von dir über Fröndenberg. Bist du bereit? Ja. Sehr gut. Das ist dein liebster Ort in Fröndenberg? Vor dem Schmiedefeuer im Kettenschmiedemuseum. Das passt ja. Dann schon zu Frage zwei. Das geht so nur in Fröndenberg? Große Ketten von Hand zu machen. Ja, und dann schon zur dritten Frage. Das ist eine kuriose Sache, die du mal in Fröndenberg erlebt hast. Eine kuriose Sache. Mir hat jemand erklärt, der ein Tourist auf dem Ruhrtalradweg war, wieso die europäische Metallindustrie hier entstanden ist. Das war nicht bemerkenswert. Steht in keinem Lehrbuch. Kannst du das in zwei Sätzen erklären? Ja. Nur hier in Südwestfalen und im syrisch-irakischen Kranzgebiet liegt das eisenhaltigste Erz an der Erdoberfläche. Und deswegen haben die Menschen gedacht, mit diesen Steinen können wir um unser Feuer rumbauen. Das Feuer hat was mit den Steinen gemacht. Die Kelten waren das übrigens, die dann entdeckt haben, hier mit dem Metall macht das Feuer was. Und so ist hier und in der Gegend von Damaskus das Eisenschmelzen, das Stahlbearbeiten zuerst entstanden. Ziemlich interessant. Ja. Nicht schlecht. Ja, und damit auch zurück ins Gespräch. Und weiter geht's. Danke Rebecca für die Moderation dieses wunderbaren Eulenspiegels. Wir kommen zurück in das Rahmengespräch mit Jochen Hänel, der uns erzählen wollte, wie aus der Kettenschmiede oder wie neben die Kettenschmiede noch die Kulturschmiede kam. Also von Anfang an hatte dieser Raum, diese Maschinenhalle mit dem Schmiedefeuer eine besondere Magie. Und es kamen sofort schon im ersten Jahr Wünsche auf, die man gar nicht mit dem Technischen Museum verbinden würde. Ich sag jetzt nur mal so als Seitenhieb, auch der erste Junggeselle, der seine Alte an die Kette legen wollte, scherzhaft, der tauchte schon im Jahr 1999 auf. Wer war das? Den Namen weiß ich nicht. Also da war ich auch nicht involviert. Ah, okay. Und ich weiß nur, dass wir jetzt die 857. standesamtliche Trauung machen. Das ist auch bemerkenswert. Wenn ich mich hier nicht regelmäßig mit Zahlen verhauen würde, würde ich jetzt spontan raushauen, wie viele das im Jahr sind. Das ist unterschiedlich. Also einen Schnitt kann man jetzt feststellen, könnte ich auch ausrechnen. Aber Mathe war auch nicht meine Stärke. Aber die Kulturvereine, zum Beispiel Kultur für uns, die also an einem anderen Ort schon jahrzehntelang Konzerte organisiert hatten, waren sofort da und haben gesagt, Mensch, können wir in euren kleinen Veranstaltungsraum rein? Und das haben wir damals gerne gemacht und das war jedes Mal hoffnungslos überbucht. Und die haben von Anfang an gedrängelt und haben gesagt, so könnt ihr nicht was machen, mehr Platz, mehr Karten und so hin und her. Und das hat dem Adolf Ulmke unheimlich gut gefallen und der hatte ja sowieso seine Schützenhalle im Hinterkopf. Und dann kam eben diese Auseinandersetzung sozusagen, wie soll das Ding jetzt aussehen, wollen wir das als Stadt überhaupt, unter welchen Bedingungen, wie können wir das finanziell regeln mit dem städtischen Anteil Land und NRW-Stiftung und Eigenanteil und, und, und. Und das war ein harter Kampf. Und dann kam eben auch nochmal die Liebe ins Spiel, nicht nur am Anfang mit den standesamtlichen Trauungen, sondern die, die Liebe zwischen der Tochter von Adolf Ulmke und dem Bruder von Markus Lüppertz. Hat den Herrn Ulmke und den berühmten Künstler erstmals zusammengeführt. Die kannten sich ja vorher gar nicht. Ich bin auch sicher, dass der Adolf Ulmke bestimmt nichts von den Figuren gehalten hätte. Aber auf der Hochzeit haben sie sich getroffen und haben ihre geistige Verwandtschaft sofort erkannt und haben sich bestens verstanden. Und haben dann eine Schützenhalle gebaut. Und haben dann mit seiner Hilfe, es fehlte nämlich noch auf der Vereinsseite eine erhebliche Summe, Eigenkapital, hat der Markus Lüppertz gesagt, okay, ich mal dir was und das darfst du verkaufen. Und so kam das, dass der Lüppertz zwei Motive gemalt hat, den Kran im Forum und den Freundenberger Trichter, hat uns erlaubt, davon 100 Kopien zu machen, die der Lüppertz alle persönlich nummeriert und gezeichnet hat und uns zur Verfügung gestellt hat. Und das war dann, wenn man sich nicht gewehrt hat, hat der Adolf Ulmke einem so ein Bild verkauft. Und das hängt jetzt überall und das war der Durchbruch im Eigenkapital. Und weil die sich wirklich verstanden haben, das ist also auch nur eine Floskel, hat der Markus Lüppertz etwas gemacht, was ich für sehr bemerkenswert halte. Der hat durchgesetzt bei einem seiner Kunden, einer großen Hotelkette in Berlin, dass diese Gipsfigur von Paris nicht zerstört wird. Das ist eigentlich die Bedingung dieser Liga für eine Bronzestatue. Was für eine Liga? Also sag ich mal Kunstwerke jenseits der halben Millionen und mehr. Dann verlangt der Käufer, dass der Gips zerstört wird, damit es nur eine Statue gibt, die Garantie dafür, ein Unikat zu besitzen. Und der Lüppertz ist hingegangen und hat bei den Hotelmanagern erreicht, dass er für seinen Freund Adolf die Ausnahme machen darf. Und deswegen haben wir den Gips in der Kulturschmiede stehen, obwohl der jetzt von der Optik her da überhaupt nicht reinpasst. Ah, jetzt verstehe ich das. Und es ist eine wunderbare Geschichte, die unsere Ruhrtalradweg-Touristen immer kaum glauben können, wenn sie aus Düsseldorf sind, dass wir als Städtchen in der Provinz eine Original-Lüppertz-Gipsfigur haben, die es in Düsseldorf nicht zu sehen gibt. Markus Lüppertz kommt ursprünglich aus Düsseldorf, ne? Ne, der kommt aus Böhmen, aber der war der Direktor der Kunstakademie in Düsseldorf, viele Jahrzehnte. Krass. Okay, lass mal kurz über dich reden. Wie bist du eigentlich nach Fröndenberg gekommen? Durch meinen Beruf. Die Firma verlangte damals, dass ich in mein Gebiet ziehe. Hier in Fröndenberg gab es wunderbar schöne Erstbezugswohnungen zu vertretbaren Preisen. Und dann haben wir uns hier erst in der Wasserwerkstraße eine Wohnung gemietet und dann später in der Friedhofstraße ein Haus gekauft. Und warst du von Anfang an begeistert von Fröndenberg? Ja, es hat mir landschaftlich und von der Leichtigkeit, so Kontakt aufzunehmen, sehr gut gefallen hier in der Gegend. Das heißt, ihr seid dann, du, deine Frau, von der Autobahn abgefahren, durch Altendorf und habt gedacht, hier wollen wir für den Rest unseres Lebens fahren. Ne, im ersten Moment haben wir natürlich gedacht, hier ist Ruhrpott und was wollen wir hier? Wir kamen ja aus der damaligen Bundeshauptstadt und waren so ein bisschen abgehoben an der Stelle. Aber wir haben dann die Schönheit der Gegend, das riesige kulturelle Angebot hier vor der Tür und auch die Herzlichkeit der Leute, so wie wir aufgenommen wurden, das haben wir sehr gemocht. Und jetzt sind wir überzeugte Pöttler. Ja, sehr schön. Das heißt, ihr fühlt euch in Fröndenberg auch schon als Teil des Potts. Das ist ja auch nochmal nicht so ganz eindeutig, ob man jetzt Sauerland-Pott. Ja, für mich ist es so, ich denke da schon, dass ich zum Ruhrgebiet gehöre, obwohl wir hier die östlichste Kommune sind und das Eintrittstor, wenn man jetzt von Winterberg kommt, in Fröndenberg selber als Fröndenberger sich heimisch zu fühlen, dauert erfahrungsgemäß drei Generationen. Also das können wir nicht mehr schaffen. Also man muss da noch etwas länger am Ball bleiben. Das hören wir immer wieder in diesem Podcast, das ist der Polbürger in Fröndenberg. Der sich im Übrigen aus vielen Dingen, die Fröndenberg eigentlich angehen, ziemlich zurückhält. Wie meinst du das? Wenn man zum Beispiel die Fördervereine anguckt. Ich bin, als unser Sohn in den Kindergarten ging und später in die Grundschule, natürlich auch in diesen Fördervereinen gewesen. Und die treibenden Kräfte in diesen Vereinen waren ganz oft Zugezogene, die gesagt haben, hier wollen wir jetzt mal was bewegen. Und die Alteingesessenen, die haben schon mal gerne gesagt, das klappt doch sowieso nicht. Verstehe. Vorbehalte. Apropos Zugezogen und mal was versuchen und sich engagieren. Du hast auch mal als Bürgermeister kandidiert. So 2009 glaube ich, ne? Genau. Wie kam es denn dazu? Und war das eine gute Idee? Das war, wie ich damals fand, eine hervorragende Idee und hat mich und auch meine Familie sehr inspiriert, weil wir das natürlich von langer Hand sozusagen vorbereitet haben. Man muss sich da schon mal mindestens anderthalb Jahre vorher mit beschäftigen. Wie fängt man damit an? Liest man da ein Buch drüber oder sowas? Ne, also wir haben ja, sag ich mal, durch diese Fördervereine hatten wir Kontakt schon von Anfang mit der Schulpolitik. Dann habe ich natürlich durch die Tätigkeit im Kettenschmiedemuseum, da bin ich seit 2000, auch mitgekriegt, wie so Verwaltung und Rat so drauf sein können. Und da war ich halt der Meinung, das kann man optimieren. Und ich war damals so vermessen und habe gedacht, das trauste dir zu. Ich weiß, ob das vermessen ist. Ja, und habe dann die letzte Phase meines Berufslebens mit Einverständnis der Firma sozusagen darauf fokussiert, Bürgermeister zu werden. Also Netzwerk zu intensivieren. Und das hat erstaunlich gut geklappt, also auch wenn ich es nicht geworden bin, das Ergebnis war durchaus respektabel. Und ich habe in der Zeit unwahrscheinlich viel gelernt, also an was man alles denken muss. Ich habe auch gelernt zu lachen, wenn ich auf dem fünften Schützenfest das Flachgeschenk überreiche und man bei dem Hühnerzucht vor allem zum 100. Jubiläum aufläuft und dann eine Rede hält über die Vorteile von Geflügel und so weiter. Also das ist schon eine große Bereicherung in meinem Leben gewesen, diese Kandidatur. Und ja, die steht da jetzt als wichtiger Baustein in meiner Biografie. Ja, also du würdest es so gesehen auch wieder machen. Ja, das hat auch was mit dem Alter zu tun und der Energie, die man dafür hat. Und das ist jetzt kein Thema mehr. Nein, also so war es auch nicht gemeint, ob du nächstes Jahr kandidieren willst, sondern du bereust es nicht. Überhaupt nicht. Du würdest es wieder machen. Also es ist eine tolle Erfahrung und die positiven Dinge überwiegen da. Spannend. Und wie ist heute noch dein Draht in die Politik? Ich kenne die wesentlichen Leute natürlich alle und wir haben ein offenes Verhältnis. Also wir können offen reden, was meine Ansichten zu vielen Themen sind. Das ist natürlicherweise nicht immer deckungsgleich. Und dass ich jetzt der Meinung bin, hier müsste eigentlich viel mehr gehen mit Tourismus und Fahrradfahren, das weiß man. Aber ich kann auch akzeptieren, dass ein Ratsmitglied oder Verwaltungsmenschen sagen, ja, das ist aber nicht das einzige Thema und im Moment auch nicht das Wichtigste. Das kann ich auch akzeptieren. Es ist eine Gratwanderung, die die Politik machen muss. Was ich mir natürlich wünschen würde, wäre, wenn das so fokussierter stattfinden würde. Also, dass Feuerwehrhäuser gebaut werden müssen und Schulen instand gehalten werden müssen und Straßen ist in jeder Stadt in Deutschland so. Das ist nichts Besonderes. Und wenn man mit einer Stadt, die so viel Potenzial in ihrer Geschichte und in ihrer natürlichen Landschaft hat. Immerhin mal Kettenhauptstadt des Landes war. Ist ja nicht das Einzige. Wir sind ja auch zum Beispiel durch die Stiftskirche und das Stiftsgebäude ein ganz wichtiger historischer Punkt. Es ist auch kein Zufall, dass der Graf Engelbert von der Mark, einer der wichtigsten und mächtigsten Männer, hier bei uns beerdigt ist. Auch das ist ein Thema, was da ist, aber aus dem man aus meiner Sicht nicht genügend Kapital schlägt. Und dieser Wunsch, der ist bei mir halt immer noch ausgeprägt und natürlich hole ich mir da öfter eine blutige Nase, weil das nicht jeder so sieht. Du hast gerade gesagt, fokussierter sein. Was meinst du damit? Ja, also ich gehe jetzt mal auf diese Phase zurück, wo ich für den Bürgermeister kandidiert habe. Und da war ein Punkt, wo die Frage von mir gestellt wurde, wo will die Stadt denn eigentlich hin? Also was soll Frontenberg von den anderen Städten unterscheiden? Und was würde ich jemandem sagen, der hier irgendwo im östlichen Ruhrgebiet wohnt und überall hinziehen könnte, wieso soll er nach Frontenberg ziehen? Natürlich Sportvereine, Musikschule, gute Schule, das sind wichtige Punkte, aber der Clou an der Sache könnte eben vielleicht auch noch was anderes sein. Und die Diskussion wird hier bei uns aus meiner Sicht zu wenig geführt. Wir arbeiten hier hart und mit sehr begrenzten finanziellen Mitteln an Alltagsthemen. Also wo man eben das Thema Schule, Straße, Feuerwehr abarbeitet und dann ist keine Kraft mehr da oder kein Geld oder beides, um noch weiter in die Zukunft zu gucken. Da wünschst du dir ein bisschen mehr? Das wäre aus meiner Sicht eine große Chance, um auch die Stadtgesellschaft hinter sich zu vereinen, um auch zu sagen, so finde ich da Mitstreit, da gibt es da Leute, die mitmachen wollen. Und das haben wir zum Beispiel erlebt, als die Kulturschmiede gebaut wurde, welche breite bürgerschaftliche Unterstützung wir haben. Die 600 Unterschriften auf den Ziegelsteinen. Ja, das ist krass. Wenn man da reinkommt, sieht man ja diese Steinpatenschaften, man hat die Stuhlpatenschaften noch. Und die Firmen aus der Region unterstützen uns auch deutlich, auch immer noch. Ja, also das wird auch als Standortfaktor gesehen, dass man sagt, Mensch, für so eine kleine Stadt haben wir ein bemerkenswertes Kulturprogramm. Und viel Ehrenamt da drin. Fast nur. Fast nur eigentlich. Und dieses Industriemuseumsnetzwerk, dem wir beigetreten sind seit vielen Jahren, Wassereisenland ist eins zum Beispiel, da sind wir nur ein kleines Rädchen. Ja, also die Kette ist jetzt da nicht der große Player, aber es zeigt, wie wichtig so ein Thema werden kann, wenn man das mal ein bisschen überregional sieht. Okay, jetzt hast du eigentlich meine beiden Schlussfragen schon quasi beantwortet. Ich wollte dich fragen, was wünschst du dir für Vordenberg? Das hast du sehr explizit beantwortet. Du hast auch schon angedeutet, in welche Richtung kann das mit der Kettenschmiede gehen, mit dem Museum gehen, mit dem Kulturzentrum gehen. Aber so, wenn ich jetzt mal so zehn Jahre in die Zukunft gucke, wo steht dieser Standort da rund um Kettenschmiede und Kulturschmiede aus der Sicht von Jochen Hänel in zehn Jahren? In zehn Jahren wünsche ich mir, dass dort das Informationszentrum Zukunft Kette steht, mit einem kleinen Anbau, mit ein paar kleinen Funktionsräumen, wo wir endlich mal eine kleine Werkstatt und ein kleines Depot drin haben können. Und wo wir dieses Thema Fördertechnik noch zusätzlich behandeln können. Es gibt einen jüngeren, sehr aktiven weiteren Vorsitzenden und eine Mannschaft, die unter 70 Jahre Durchschnittsalter hat. Und es geht weiter. Das wäre mein Wunsch. Es darf auch eine Vorsitzende sein, nehme ich an. Unbedingt. Weißt du eigentlich, wie viele Leute jedes Jahr das Museum besuchen? Ungefähr 10.000. Das ist richtig viel, ne? Das sind ungefähr drei am Tag. Nein, es sind 30 am Tag. Ich lasse es einfach mit Mathe-Sachen in diesem Podcast. Es sind ungefähr 30 am Tag, aber ihr habt ja gar nicht jeden Tag auf. Sag mal, wenn man ins Kettenschmiede-Musik geht. Also im Moment ist es leider so, dass wir nur sonntags aufhaben. Wir haben jetzt, das war mal eine sehr gelungene Kooperation, wir haben mal sechs Wochen lang jetzt jeden Tag aufgehabt, während der Kunstausstellung für diesen Rolf Escher, diesen Grafiker. Und weil wir uns im Kettenschmiede-Museum diese Schmiedefeueranlage gezeichnet hat und sich gewünscht hat von der Bürgermeisterin, dass dieses Bild, mindestens dieses Bild eben auch im Kettenschmiede-Museum ausgestellt wird. Und weil wir 25 Jahre Jubiläum hatten dieses Jahr, haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, können wir das kraftanstrengungsmäßig schaffen? Und gut, wir haben noch jemanden eingestellt, der uns hilft, aber wir haben sechs Wochen jetzt immer aufgehabt und da waren 860 Leute da. Krass. Und das würde zeigen, jetzt um nochmal auf das Thema Frontenberg und Chancen hinzugehen, wenn wir direkt am Ruhrtalradweg gelegen jeden Tag auf hätten, wäre natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass Touristen Frontenberg besuchen, dann vielleicht auch hier mal übernachten und was essen und was auch immer, ins Rennradmuseum gehen. Wir haben da auch das Thema noch partnerschaftlich, Rennradmuseum. Das hätte schon Chancen, bin ich fest von überzeugt. Sehr schön. Vielen Dank für diese ermutigenden Worte auch. Also wenn du das sagst, sagst du das gar nicht irgendwie traurig oder man müsste doch jetzt mal, sondern du sagst das irgendwie anpackend und auch zuversichtlich. Auch ich glaube von vielen guten Erfahrungen genähert, die du ja irgendwie gemacht hast in diesen ganzen Projekten. Ja, es gibt sehr ermutigende Signale, sag ich mal. Wir haben zum Beispiel in Corona die Diskussion geführt, wie können wir zukunftsfähig werden. Und auch meine analogen Museumsführer haben gesagt, also es wird nicht ohne Internet und Social Media und Digitalisierung gehen. Und wir konnten dann uns bewerben beim LWL Museumsamt in Münster als kleines Museum, um Pilotprojekt zu werden für eine Beratungsserie. Und das haben wir geschafft. Wir sind da drin in dem Programm und die haben uns ganz toll geholfen, eine Web-App zu bauen. Die gibt es jetzt, die könnt ihr euch auch nachher mal angucken. Die gibt es in jedem App-Store. Comedy-Show-Notes. Und die ermöglicht es jetzt einem Besucher, der jetzt keine Live-Führung kriegen kann, weil da keiner ist jetzt während einer Kunstausstellung. Der kann sich jetzt mit der Web-App das Museum komplett angucken, alle Maschinen in Bewegung, Schmiedefeuer brennt, alles auf dem Handy. Und kann sich da also schlau machen, wie in jedem anderen Museum auch. Das ist schon krass cool für so ein Frenberger Museum. Und diese Web-App, die hat natürlich ein paar Dollars gekostet, aber für solche Projekte finden wir immer Sponsoren. Das schnellste Geld, was ich eingeworben habe, war für Digi Dago, unseren Schmiede-Avatar. Ihr habt einen Schmiede-Avatar? Ja. Dagobert Köster ist der letzte Kettenschmied Europas. Den müssen wir übrigens auch nochmal im Podcast einladen. Das werdet ihr nicht schaffen, aber egal. Der Dagobert Köster ist jetzt 73 Jahre alt und müde. Und wir haben vor Jahren in der Kulturschmiede eine Veranstaltung gehabt, wo jemand von der TU über Virtual Reality referiert hat. Und dann habe ich den nach der Veranstaltung gefragt, Mensch könnt ihr nicht mal den Dagobert aufnehmen, damit das wenigstens konserviert wird in 3D. Mega. Und dann hat der mir damals gesagt, das ist jetzt 6 Jahre her, vergiss es. Ich habe mich schlau gemacht, das ist viel zu teuer. So eine Brille kostet 15.000 Euro und die Rechnerleistung 100.000. Und der Typ hat mich letztes Jahr angerufen und hat gesagt, die Preise sind so wahnsinnig gefallen, dass wir das jetzt machen könnten für ein Fünftel. 20.000 Öcken und ich mache euch diesen Schmiede am Örtar. Und dann habe ich bei der NRW Stiftung angerufen, werde ich nie vergessen, montags morgens, und habe gesagt, ich habe hier eine Projektidee für 20.000 Euro. Und wenn das funktioniert, sage ich, könnt ihr das für alle ausgestorbenen Handwerker auch nutzen. Und dann hat der gesagt, gut, schicken Sie mir eine Mail, eine Seite, wo das nochmal kurz draufsteht mit dem Kontakt und freitags war das Geld auf dem Konto. Wow. Das gibt es auch. Das gibt es auch. NRW Stiftung, sagst du? NRW Stiftung. Krass. Wo kann man sich das angucken? Auch in der App? Nee, das ist jetzt leider, da muss ich sagen, bin ich jetzt auch technisch limitiert gewesen. Dieser Avatar ist jetzt nur auf der Brille. Ah, okay. Also du musst die Brille aufsetzen und die Brille ist leider nicht so komfortabel. Die musst du jedes Mal neu kalibrieren. Immer wenn man die ausgestellt hat, muss man die neu einstellen. Also den virtuellen Raum schaffen, wo das dann alles abgespielt wird. Das ist leider unpraktisch für alte, weiße Männer. Das dauert immer mindestens eine Viertelstunde oder 20 Minuten, bis wir die scharf gemacht haben. Die Brille und den Spielearbeiter. Und der Effekt kommt auch nur auf der Brille raus. Also wenn du das auf dem Fernseher anguckst, hast du zwar auch die Bilder, aber nicht den 3D-Effekt. Aber vielleicht geht das ja auf Dauer noch ein bisschen besser. Das wird kommen, aber das ist zum Beispiel der Hintergrund, wenn man in Gasometer geht, in Oberhausen, da hängen die ganzen Brüllen von der Decke. Die sind immer an und die müssen nicht neu kalibriert werden. Und das können wir bei uns technisch nicht machen. Das geht nicht. Wir können keine Brille hängen lassen. Okay, trotzdem krasse Geschichte. Ich stelle fest, dass Z in Frenberg steht für Zukunft. Und ich habe noch eine letzte Frage, ein bisschen flapsige Frage. Ich würde gerne nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückkommen. Da haben wir über Ketten gesprochen, was für fantastische Teile das sind. Ja, da ist was dran, weil die Ankerkette ist mit einer wunderschönen Anekdote verknüpft, die die wenigsten Menschen ahnen. Warum werden auch heute noch Ankerketten in 27,5 Meter Länge gefertigt? Ich wusste bis vor einer Sekunde nicht, dass die überhaupt in 27,5 Meter Länge gefertigt werden. Alle 27,5 Meter wird eine Ankerkette mit einem Schäkel in das nächste Stück gebunden. Das hatte ursprünglich den Hintergrund, weil wenn man die in einem Stück fertigen würde, kann man die ja kaum transportieren. Die wird ja immer schwerer, je größer die Schiffe werden, wie wird sie das hantieren? Und das war auch früher schon ein Thema, als die Schiffe noch Segelschiffe waren. Aber von einem Gast im Kettenschmiedemuseum auf dem Ruhrtalradweg, der Industriegeograf war und sich mit der Stahlindustrie Englands beschäftigt hat, haben wir gelernt, dass die 27,5 Meter Länge, also 15 englische Pfaden, eine Shake-Hand-Vereinbarung waren zwischen den Schmiede-Workshops damals in Birmingham. Und dem Bürgermeister von Frunberg. Nein, die mussten ja mit den länger werdenden und größer werdenden Schiffe die Ketten auch schwerer machen. Und weil das ursprünglich in so ganz engen Gässchen waren, wo nur ein Pony einspännig auf einer Karre die Kette zum Hafen fahren konnte, wurde das irgendwann für das Pferd zu schwer. Und die mussten jetzt irgendwas unternehmen und haben dann per Handschlag beschlossen, okay, 15 englische Pfaden wird immer gehen, auch wenn die Ankerketten jetzt noch größer werden. Wir machen das jetzt als Norm. Und das ist dann hinterher auch verschriftlicht worden, kam dann von England nach Europa. Und wenn man heute, könnt ihr auch mal aus Jux machen nachher, guckt mal das auf YouTube, USS Enterprise Anchor Manöver. Das ist der größte amerikanische Flugzeugträger. Und dann sieht man auf dem Ankordeck diese riesige, wirklich riesige Ankerkette. Und die lassen die raus. Und jetzt wisst ihr, der weiß flackierte Schäkel, der dann kommt, ist genau 27,5 Meter. Und der nächste ist dann zweifach lackiert. Das heißt, die Matrosen brauchen nicht die Meter zu zählen, sondern nur die Schäkel. Und melden dann dem Kapitän, wir haben vier Schäkel ausgelegt. Und der kann sich dann ausrechnen, dass das 110 Meter Ankerkette ist. Wenn er besser im Kopf rechnen kann als ich. Und dass die Matrosen wissen, dass es an dem einen Pony liegt, das wage ich zu bezweifeln. Jetzt wissen wir das aber, und alle, die diese Folge gehört haben. Und ich fühle mich jetzt bestätigt in meiner Ansicht, dass Ankerketten meine Lieblingsketten sind. Aber du hast noch nicht geantwortet, was deine Lieblingskette ist. Ja, die Ankerkette ist schon für mich ein Symbol für Kraft und Verlässlichkeit. Das könnte auch meine Lieblingskette sein. Ein herausragendes Schlusswort, formuliert von Jochen Hänel. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch über Ketten, Kultur und Kuriositäten aus Fremdenberg. Danke. Ketten, Kultur und Kuriositäten. Gutes Schlusswort. Ja, man denkt gar nicht, wie viel hinter so einer Kette steckt, wa? Und in so einer Kette. Genau. Energie, Kraft, Arbeit, Technologie. Total krass. Und das trifft auch auf die Kultur weit zu. Ja, und auch dafür bringt Jochen viel Herz und Motivation auf. Echt beeindruckendes Engagement. 2009 wollte er ja sogar mal Bürgermeister werden. Das zeigt, wie wichtig ihm hier das Wohlergehen der Stadt ist und wie sehr er sich mit den ganzen Sachen identifiziert. Spannende Type, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, und das war es dann auch schon wieder. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Folgt uns auf Social Media. Schaut auf unserer Webseite roheule.de vorbei und lasst uns gerne auch Feedback da. Tschüssi. Eine Tradition bei unserem Museumsteam ist, dass wir so einmal im Jahr einen kleinen Betriebsausflug machen. Meistens zu irgendwas technisch Interessantem. Und vor einiger Zeit waren wir in Hamburg und haben die neu restaurierte Peking besichtigt. Das ist eines der letzten kommerziell eingesetzten Segelfrachtschiffe, das Salpeter von Valparaiso nach Hamburg gebracht hat. Und bei dieser Führung kam natürlich auch die Ankerkette dran. Und dann haben wir zu dem Führer gesagt, also das brauchst du uns jetzt nicht wirklich zu erzählen. In dem Thema stecken wir drin. Und das fand er total spannend. Und dann haben wir ihm erzählt, was ich euch erzählt habe mit den 27,5 Metern. Das wusste er auch noch nicht. Und war darüber so begeistert, dass er spontan ein Schenty gesungen hat auf dem Oberdeck für uns und uns die Geschichte vom Brottank erzählt hat. Und der Brottank ist eine Erfindung des Räders, dem diese Schiffe gehört haben. Und der ging so, dass wenn die in Hamburg abgefahren sind, wurden an dem Morgen ungefähr 120 Leibe Brot in eine unlackierte Eisenkiste gesteckt, gesteckt mit einer luftdicht verschließbaren Tür. Und bevor die Tür zugeschraubt wurde, kam ein Eimer mit glühender Holzkohle, ein Zinkeimer da rein. Der hat den Sauerstoff verbraucht und dann konnte das Brot nicht schimmeln, bis man die Tür wieder aufgemacht hat. Dann sind die losgefahren. Die erste Woche kamen sie mit dem frischen Brot klar, aber irgendwann war dann es nötig, die Tür aufzumachen, das nächste Brot rauszuholen. Und dann kam natürlich Sauerstoff an das Brot dran. Und jetzt kommt's. Das unlackierte Eisenblech hat durch den Rost den Sauerstoff mehr angezogen als das organische Material im Brot. Und die Rostschicht wurde langsam immer dicker bei den vielen Fahrten und das Brot hat oft bis Skrapphorn gehalten. Und die Geschichte, die fand ich auch bemerkenswert. Also Brottank, das Wort hatte ich noch nie gehört. Herr Alexander, das Wort. Und jetzt wird dasécole happen. Dann bin ich noch nie von schabert, So sollte es kommen.